...eingeladen worden ist, der ein Stück historische Geschichte, historische Wert hat für die Stadt Köln. Liebe Frau Dr. Keiber, lieber Herr Professor Klander und Herr Badern und Ihren Mitarbeitern, herzlich willkommen auf Kölner historischem Boden. Ja, nicht nur auf dem Denkmal mit schützendem Boden, sondern hier war der erste reitenstädtische Flughafen, Gutzweilerhof, von Konrad Adenauer 1926 gegründet und er wurde sehr schnell als Luftkreuz des Westens bekannt und war größer um die Damaligkeit als Rüssel, größer als Frankfurt und hat dieses Attribut Luftkreuz des Westens auch bis zum Zweiten Weltkrieg beibehalten, auch bis zum Zweiten Weltkrieg, nämlich 1939, größer als Frankfurt. Er ist dann nach dem Krieg nicht wiedergelebt worden für die zivile Luftfahrt, aber für die Sportfliegerei und diese Ära ging 1980 dann zu Ende und es ist hier ein Industriegebiet entstanden, aber Gutzweilerhof ist dank seiner Gebäudearchitektur doch zu einem bestimmten Respekt herangewachsen und er wird in zunehmendem Maße auch beachtet und ich freue mich auch, dass die mit Denkmalschutz sich beschäftigenden Herrschaften den Gutzweilerhof mittlerweile auch sehr hoch einschätzen. Wir werden das zu würdigen wissen und wollen auch für die Zukunft dem Kölner Flughafen Gutzweilerhof ein kulturelles Zentrum mit auf den Weg geben und die Zeit 2010 wird dafür die Weichen stellen oder wird es realisieren, die Weichen sind bis hin gestern. Ich heiße insbesondere von der Presse herzlich willkommen und darf nun sagen, dass Herr Prof. Plander die inhaltliche Begrüßung macht. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Dr. Mayer, sehr geehrte Dr. Mayer, liebe Frau Dr. Keimer und sehr geehrte Vertreter der Medien, auch ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen in der Empfangshalle des Gutzweilerhofes, der, Herr Dr. Mayer hat es schon angesprochen, ein historisches Zeugnis der verkehrstechnischen, der technischen Entwicklung, der Baugeschichte in unserer Stadt ist und der dank Ihres Einsatzes, vor allen Dingen Herr Dr. Mayer, auch ganz vorbildlich saniert wurde in den zurückliegenden Jahren und ich hoffe, oder wir hoffen alle, dass dieses herausragende Baudeckmal dann auch noch eine kräftigere und gesichertere Zukunft bekommt, als es in den vergangenen Jahren hier möglich war. Es ist erstaunlich, was alles schon erreicht werden konnte. Die heutige Pressekonferenz findet deshalb hier auch mit Bewusstsein statt, nämlich an einem Ort, der ein bedeutendes Baudeckmal innerhalb der Stadtmauern darstellt. Denn unser heutiges Thema ist, wie Sie der Anladung entnommen haben, die Vorstellung des Kölner Denkmalkataloges, der schon lange existierend, aber nun öffentlich zugänglich gemacht werden soll und kann, nämlich online, dank einer, wie soll ich sagen, einer DPP geradezu, öffentlich-providerer Hartmannschaft zwischen Herrn Dr. Mayer und unserem Amt für Denkmalflänge. Wir wollen eine Serviceleistung anbieten, von der wir annehmen, dass sie sicherlich von den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut genutzt werden wird. Die Initiative zu diesem Projekt ging von Herrn Dr. Warba aus, dem ich an dieser Stelle meine besondere Anerkennung und auch meinen Dank für sein herausragendes Engagement und die Dokumentation zur Stadtentwicklung und Zoll möchte. Und Herr Dr. Warba, als Gründer des Onlineportals Bilderbuch-Köln.de, hat es sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele Fotos als Dokumentation der Kölner Stadtentwicklung vielen Menschen kostenlos zugänglich zu machen. So entwickelte er das digitale Bilderbuch Köln, aus dem Fotos sollen an sich kostenlos zur Verfügung gestellt werden. In kürzester Zeit konnte er mehrere bedeutende Fotoarchive in das Projekt einbinden, darunter unter anderem das der IHB und der Stadtkonservatorin als letzte Partnerin im Augenblick. Aber ich hoffe für Sie und das Projekt, dass Sie noch weitere Partner werden, gewinnen können. Zunächst wurden die Fotos, deren Urheberrecht, das soll ich an der Stelle auch ganz deutlich sagen, unangetastet bleiben, digital aufbereitet. Und im nächsten Schritt, und diesen möchten wir Ihnen heute vorstellen, soll die Denkmalliste der Stadt Köln ins Netz gestellt werden. Das werden Sie gleich sehen können. Um einen bestmöglichen Überblick zu erhalten, wird diese im Stadtraum verortet und Stück für Stück mit den Denkmalbeschreibungen hinterlegt, die selbstverständlich bestehen und momentan nur in Papierformen da sind. Dies ist für alle Beteiligten eine enorme Herausforderung, da die Stadt Köln, uns Kölner wundert das nicht so sehr, aber gleichwohl zurzeit über 8.735 eingetragene Baudenkmäler verfügt. Und damit, glaube ich, den höchsten Denkmalbesatz im Lande Nordrhein-Westfalen zumindest und auch unter den Städten der Bundesrepublik insgesamt, glaube ich, in eine ziemlich hohe Position einnimmt. Und es kommen natürlich ständig weitere Baudenkmäler hinzu. Bis wir den gesamten Denkmalkatalog auf diese Weise bearbeitet haben werden, wird verständlicherweise noch einige Zeit verstreicht. Bevor ich nun an Herrn Dr. Warrer übergebe, den ich die Details anschaulich in einer Live-Schaltung präsentieren werde, kann ich Ihnen zudem noch versichern, dass wir parallel und unabhängig von diesem Projekt auch an einer städtischen Internetseite arbeiten, auf den ähnliche Informationen abgerufen werden können. Allerdings wird das, wie das bei der öffentlichen Hand so der Fall ist, etwas länger wahrscheinlich Zeit in Anspruch nehmen, hat auch mit Finanzierungsfragen zu tun, wie in diesem Fall unserer Partnerschaft uns quasi gesponnen sind. Dieses lobenswerte Privatengagement wird also davon sicherlich nicht beeinträchtigt werden. Deshalb erfolgt heute in diesem Denkmal Brutzweiler Hof der Startschuss dafür den städtischen Denkmalkatalog für die Öffentlichkeit und das heißt damit für den Bürgern verfügbar zu machen und digital zugänglich zu machen. Und ich darf nun an Herrn Dr. Wahler übergeben und ihm bitten, sein Projekt, unser gemeinsames Projekt, Ihnen vorzustellen. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Dr. Keimer, sehr geehrte Herr Professor Kwanler, sehr geehrte Damen und Herren der Presse. Bevor ich hier anfange, Ihnen etwas erkläre, ich möchte Ihnen etwas zeigen. Das würde sehr viel Sinn machen, obwohl das Teil hier recht lustig ist, aber wenn Sie von hinten einfach etwas nach vorne kommen, weil dann sehen Sie mehr. Ich möchte Ihnen erzählen, was das Bilderbuch Köln ist, wie es dazu kam, dass wir die Denkmäler hier gemeinsam zeigen, was der Denkmalkatalog ist und wie er funktioniert, und den Ausblick auf die nächsten Monate und Quartale geben. Das Bilderbuch Köln, Herr Professor Kwanler hat es schon gesagt, ist eine private Initiative von mir und dem Paul Spurnagel, der hier drüben steht. Wir betreiben das Bilderbuch Köln seit nur mehr knapp zwei Jahren. Wir haben im Stand heute fast 100.000 Fotos online verfügbar, ausschließlich von Köln. Das ist das größte Fotoportal von Köln und das ist mit Sicherheit auch gehalten. Sie finden bei uns, wir sehen hier die Homepage von Bilderbuch Köln, aktuelle Fotos, also von heute, von dieser Woche, vom letzten Monat, aber auch sehr viele und immer mehr historische Fotos. Wir haben gewonnen, primär mit aktuellen Fotos und haben dann die ersten historischen Fotos gesehen, fanden das sehr spannend, die Gegenüberstellung alt und neu und in dem Zusammenhang haben wir so überlegt, wie kann man denn hier noch mehr historische Fotos hineinbringen und dann habe ich Frau Kalmer aus anderen Gründen kennengelernt und irgendwann war relativ klar, das Fotoarchiv der Konservatoren schätzt 80.000 Fotografien der letzten 100 Jahre, passt ja inhaltlich wunderbar zum Bilderbuch Köln. Wir haben dann eine Kooperation begründet, die da aussieht, dass wir die Fotografien der Konservatorien digitalisieren, sprich scannen, wenn wir uns nachbearbeitet, aufbereitet, verschlagwortet, Adresse, Hausnummer wird zugeordnet, dann werden die online hier auf das Portal geladen und stehen an der Öffentlichkeit zur Verfügung. Das Angebot ist kostenlos, das möchte ich hier auch mal nennen, wir finanzieren das Ganze privat, das heißt, der Stadt Köln entstehen dafür keine Kosten, es ist auch nicht im Auftrag passiert, sondern im Rahmen der Kooperation und wir liefern der Stadt auch noch was zurück, nämlich noch die Daten, die hier in Schwede digitaler Form zur Nutzung im Amt für Denkmalpflege, sodass es also eine wirkliche Win-Win-Situation ist. Wenn Sie auf das Bildung in Köln schauen, wird es ab heute gleich hier unten im Bereich Denkmal die Möglichkeit geben, da drauf zu klicken und dann startet der Denkmal-Katalog. Sie sehen das Ganze hier in Listenform immer ein Bild des Denkmals, die Beschreibung der Titel Adresse, wie viele Fotos es dazu gibt und man kann dann sortieren nach Stadtteil- oder Straßenrahmen. Es gibt 8.735 Denkmäler. Wir haben Stand heute ungefähr 20.000 Fotos digitalisiert und schon online. Nochmal so viele werden es in den nächsten Monaten werden. Das heißt, da steht an Arbeit mit Sicherheit 5.000 Stunden mehr drin, um das Erinnungssystem hier heute zeigen zu können. Wenn Sie sich ein Denkmal anschauen, und ich habe jetzt hier mal verständlicherweise das des Putzweiler-Hofs genommen, es passt sehr gut zusammen, dann sehen Sie neben dem Titel eine Beschreibung, die ist hier beim Putzweiler-Hofs sehr lang, da gibt es sehr viel Erklärung dazu. Diese Beschreibung stand von der Stadt Köln aus dem Amt für Denkmalpflege, das ist von uns hier aufgenommen worden, und Sie sehen hier die zugeordneten Fotografien zu den Denkmalpflege. Man kann auf jedes einzelne Vorschaubeil klicken, kommt dann auf die Detailseite, die ich gleich zeige. Und Sie können hier schon ganz gut sehen, das war eines der ersten Fotos hier von Putzweiler-Hof, irgendwann aus den 20er Jahren. Sie sehen auch neue Fotos, kann in dem Zusammenhang hier auch verkündigen aus Hans-Georg Esch, sehr bekannter Architekturfotograf, seit kurzem uns auch seine Fotos zur Verfügung gestellt, und hier die neuen von Putzweiler-Hofs sind zum Beispiel von Heinrich. Sie können innerhalb dieser Seite weiterhin analysieren. Sie sehen jetzt hier die Detailseite von allen der Fotos, das Foto in größerer Ansicht, hier ist kennzeichnet, dass es ein Denkmal ist, an dem jeden Fall Symbol. Sie sehen dann hier die Karte, die Karte kommt von Google, also Google Maps, was man so kennt, die Satellitenlicht. Die Pünktchen jeweils geben ein Fotopieler, hier unten erkennen Sie Fotos im unmittelbaren Umkreis, und hier dann Beschreibung, da gibt es Schlagworte. Man kann jedes Foto kommentieren, also wenn ein Nutzer eine Anmerkung dazu hat, kann er sich hier loswerden, und wenn man dann auf dieses Foto hier nochmal klickt, kommt das Ganze in der Große Ansicht. Wie erschließt man jetzt so einen Denkmalkatalog? Man kann natürlich eine ganz banale Liste nehmen, was wir bekommen haben bei einer Excel-Tabelle, 8000 Zeilen lang oder 9000, das ist natürlich relativ unhandlich. Die meisten Kölner, mit denen ich gesprochen habe, haben auch mit Denkmälern nicht so viel wirklich zu tun. Die meisten denken, ein Denkmal ist halt irgendwo eine Struktur, die vorm Rathaus steht, was eigentlich Gebäude, Baudenkmäler sind, ist doch gar nicht so bekannt. Sehr viele laufen, glaube ich, an Denkmälern vorbei und wissen gar nicht, dass welche sind. Deswegen erwarten wir nicht, dass man gezielt danach sucht, und wir sehen uns anders an, wir sehen, also hier unser Straßenlexikon, Kölner hat 5000 Straßen, die sind hier alle alphabetisch oder auch wieder nach Schalter sortiert, und Sie sehen, hinter den Straßen, wo wir schon ein Denkmal zu erfasst haben, jeweils das Symbol, und wenn ich da drauf ticke, komme ich anschließend auch auf die Denkmäler dieser Straße. Die zweite Variante, die ich mich dem Ganzen lehren kann, ist die Suche, ähnlich wie bei Google auch. Hier oben gebe ich irgendetwas ein, hier in diesem Falle Neumarkt, Suche nach Neumarkt und bekommen jetzt eine ganze Liste Treffer, und Sie sehen das hier in Kategorien, aktuelle Fotos, historische Fotos, und seit gestern eine neue Kategorie Denkmäler, also alle Denkmäler, die entweder in der Straße, im Titel, im Text, irgendwo das Suchwort haben, die dann entsprechend hier aufgeführt. Ein weiterer Zugang ist über die Stadtteile, wir sehen hier oben, da schreibt man hier die Straßeneinbegärt in den Stadtteilen, und da haben wir neue Stadtbezirke, dieser Bezirk lindert sich in Stadtteile, Sie sehen hier jetzt den Bereich Altstadt Nord, dann sieht hier die Karte, die Markierung, wo die Altstadt sich ausdeckt, Text und Fotos dazu, und hier sind auch neu seit heute die Denkmäler des Stadtteils, wenn ich dann hier drauf ticke, bekomme ich wieder den gerade schon gesehenen Denkmal-Katalog, aber der ist jetzt eingegrenzt auf die Altstadt Nord, und wir sehen jetzt hier alle Denkmäler an der Altstadt Nord. Ich möchte noch mal betonen, es ist noch nicht vollständig, das wird noch eine Weile dauern, wir haben schon heute in dieser 20.000 Fotos, das sind fast alle Denkmäler, von manchen gibt es viele Fotos, von manchen wenige, aber das Zuordnen von Fotos und Text zu einem Denkmal, das ist eine manuelle Arbeit, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, und wir haben schon heute ungefähr 500 dieser Denkmäler nach unserer Sicht fertig, Sie müssen es noch begutachten, ob Sie das dann auch so sehen, und es kommen immer mehr dazu, ich denke mal, bis Jahresende, wenn wir vielleicht zwischen 1500 und 2000 Denkmäler fertig haben, und ich hoffe, dass wir bis Ende nächsten Jahres dann den Gesamtbestand fertig haben, das ist immer noch ein Ding. Hier ein zweites Denkmal, wo ich etwas anderes darüber sprechen möchte, wie die Hohenzollerbrücke, hast du ja mal, also nun heißt das Jahrerbrücke, das Jahresthema vom Architekturforum Rheinland, als Thema Kölner Rheindrücke. Gut. In dem Zusammenhang gleiche Darstellung, Text, Karte, Fotos, aber was Sie jetzt hier auf einen Blick sehr schön sehen können, ist, dass es die Hohenzollerbrücke in sehr, sehr vielen Ansichten, aus sehr, sehr vielen Jahrzehnten, von den Vorläufern bis heute gibt, und hier sind auch nie gesehene Haufen haben dabei, zum Beispiel hier im Büro, offenbar, die man den damals ersten Farbfilmen, den Einsturz der Rund-Sondernbrücke am Kriegsende fotografiert, hat das ja Fotos, die bisher öffentlich nicht zugänglich waren. Die waren da, das ist Ihnen natürlich bekannt und Ihren Mitarbeitern auch, aber der Öffentlichkeit nicht, und Ihre Fotos sind ja seit einigen Monaten öffentlich, und wir sehen, wie oft sie angeschaut werden, und zwar hundertfach, tausendfach, und das ist nur eine Frage der Zeit, bis viele dieser Fotos auch eine fünfstellige Zahl von Ansichten haben. Das müsste man mal vergleichen, wenn all die Menschen bei Ihnen klingeln und sagen, wir möchten mal in den Archiv gehen und zeigen uns meine Fotos, das ist schlichtweg nicht möglich. Deswegen eignet sich dieses Menü hier sehr schön, nicht nur um etwas über das State Park zu reden, sondern auch fotografisch zu sehen, wie hat es sich denn entwickelt in den vergangenen Jahrzehnten. Wir haben teilweise Fotos von Baugarten aus dem Zeitraum 1870, 1880, bis heute, also über 100 Jahre, was doch sehr beachtet. Ich möchte die Vorstellung abschließen oder ein paar Zahlen. Wir haben unseren Kooperationsvertrag im Frühjahr, diesen Jahres, geschlossen, dann haben wir begonnen zu arbeiten. Es hat die Zeit gedauert, bis alles funktioniert. Und Stand heute Morgen, das ist das Screenshot von heute Morgen, hatten wir 20.000 Fotos von 2.000 Reiter hochgeladen und die sind schon 850.000 Mal angeguckt worden, also seit, ich war im März, das spricht für sich, das zeigt, dass der Bedarf in der Bevölkerung nach Fotos, nach Fotos von Denkmälern, nach Fotos der eigenen Stadt extrem groß ist und ganz offensichtlich auch nur in so einer Form bedient werden kann, weil das kann man analog sicherlich nicht mehr leisten. Sie sehen hier die Startseite der Stadtkonservatorin bei Wille, und da sind die neuesten Fotos die meisten gesehen, wenn man da guckt, da sind einige Fotos schon viele Tausend mal angeguckt worden, es gibt auch Bewertungen, wobei wir hier bei den Denkmälern nicht so zutreffend finden und die Öffentlichen. Ihr könnt euch das Ganze anschauen unter www.köln.de In der Pressemappe auf der CD haben Sie diese Ansichten hier auch drauf und noch ein paar andere Hintergrundinformationen. Was mir noch sehr wichtig ist und immer wieder ein Thema ist, ist die inhaltliche Korrektheit. Wir haben hier Fotos digitalisiert, die teilweise nicht geschriftlich waren, die 100 Jahre alt sind, wo wir vermuten mussten, woher sie kommen, wo wir geraten haben, aus welchem Zeitraum sie sind, wo wir versucht haben, aha, dieser Kirchturm ist dann und dann wieder aufgebaut worden, dann muss es dann und dann gewesen sein. Aber wir wissen es teilweise nicht genau. Wir schätzen, dass wir für 10% der Fotosend wieder falsch zugeordnet haben in der Zeit in der Adresse. Jetzt kann man sagen, das ist aber schlimm, dann lassen wir es lieber oder man kann sagen, dann machen wir es trotzdem und wir machen mehr aus den Runden und Tugend und wir fordern den Nutzer auf über die Kommentarfunktion, wenn sie den Fehler entdecken, uns das einfach mitzuteilen, dann wird es verbessert und dann ist das Ganze unab. Auf diese Weise bekommen wir mittlerweile pro Tag teilweise 5 bis 10 Korrekturen zu irgendwelchen Fotografien. Meistens handelt es sich um das Datum, das ist immer strittig. Den Ort kann man immer besser zuordnen im Verlauf der Zeit und so wächst nicht nur der Umfang des Denkmal-Katalogs, sondern auch die Qualität und auch das ermöglicht nur das Internet, analog könnte man das nicht machen und wir sind sicher, dass wir mit steigender Nutzung dann auch immer mehr an Konzepten zuordnen empfunden. Frau Keimauer, da kann einer von dir hatte eine Online-Präsentation angekündigt, wir haben das jetzt ja online nicht gemacht, weil wir über den Längerzugang auch ins Internet geben. Wer gleich noch was sehen möchte, wir haben noch mal den Zugang hier, geplant hatten wir eigentlich mit Ihnen, weil wir ja hier in Denkmal- Nutzweilerhof sind, hier die Luftfahrt quasi ihre Geburtsstunde hatte, auch hier mit einem Ballon zu starten. Jetzt müssen wir rausrücken, ist er da? oder kann man da jemand aus der Kartin raus schauen, sieht man ein Ballon raus? Der ist da, ich mach mal nach, wie es auch ist. Der Ballon ist da, ja. Das ist natürlich immer wetterabhängig, wir haben gesagt, hier kann man sehr schön starten, im Denkmal, kann über weitere können, da brauchen wir nicht mehr da fahren, wie es da heißt, mit dem Ballon, dazu möchten Sie einladen. Wenn er denn startet, das entscheidet gleich der Pilot und die Frage wird sein, ob der Wind nicht stark genug ist oder schwach genug ist. Ich hoffe mal, es ist der Fall, dann können wir mit acht Personen starten und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere von Ihnen Lust dazu hat. Ist schon mal jemand von Ihnen mit dem Ballon gefahren? Sonst keiner? Dann sag ich kurz was dazu. Also wenn wir denn hier starten, wenn wir ungefähr eine halbe Stunde, vielleicht 40 Minuten fahren, der Wind spielt so, dass wir von hier einmal in die Stadt wahrscheinlich Richtung Rundenkirchen oder über den Rhein Richtung Lützdorf schweben werden und dann da irgendwo landen. Es folgt ein Fahrzeug am Boden, was uns dann da wieder aufsammelt und hier wieder absetzt. Sodass Sie also nicht von dort zurücktreten müssen, sondern wir kommen dann wieder gemeinsam hier. Gut, das war meine Vorstellung. Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und ansonsten hoffe ich, dass wir da Urlaub fahren können. Können Sie sagen, wie groß wird an der Bank ist? Also wie viel Gigabyte haben Sie bereits angesammelt, um die großen zu werden? Also wir rechnen mit Trabajt. Jetzt ist mein Kollege aus, ich denke, zwei bis fünf Trabajt an die Wege und dann kann man sagen. Aber die Größe der Daten ist nicht das Thema, sondern das Thema die Zahl der wirklich geografisch zugeordneten Fotos und die war von einem halben Jahr noch bei 30.000, 35.000 Fotos ist heute über 100.000 und wird wahrscheinlich über 100.000, 150.000 im letzten Tag. Wie viele Helfer haben Sie? Wir machen das, wie gesagt, Herr Spurnach und ich quasi hauptamtlich, ansonsten haben wir noch drei, vier, fünf Personen, die uns mehr oder weniger stark helfen. Einer sitzt da, der Herr Hermanns, der ganz viel die historischen Texte und Fotos bearbeitet hat. Aber an dem Denkmarktkatalog waren so in der Summe fünf Personen beteiligt im letzten Halbwerk. Es gibt das rechtliche Problem bei Google Street View, was das heißt, dass Leute nicht wollen, dass wir online sichtbar sind. Haben Sie das hier auch, also zum Beispiel auch das Eigentümer eines Denkungs- und Datenschutzbührenden Objekts sagen könnten, ich bin ja nicht das, was die gibt. Ja, das ist ein Thema, was auch bei uns aufsteht, allerdings nicht sehr oft. Es gibt Leute, die sagen, wir möchten nicht das unser Haus gezeigt werden. Und da gibt es im Augenblick eine sehr kontroverse Rechtssprechung. Die Datenschützer sagen, wir haben, man muss es dann löschen. Es gibt kein Gesetz, was einen dazu verpflichtet. Es gibt eine gesetzte Kameradefreiheit, das erlaubt, dass man Gebäude, die man von öffentlichem Raum aus sehen kann, auch fotografieren und veröffentlichen darf. Und wir erwarten da die nächsten paar Grundsatz-Aurteile, juristisch, die uns auch getroffen werden. Sind die Fotos, wenn Sie, sagen wir mal, in Deutschland eine Reihe, ich gehe jetzt hier an Putzweilerhof, parallel erscheinen, sind die chronologisch geordnet? Oder was ist das Prinzip der Präsentation? Das Grundprinzip der Präsentation ist der Ort, also zeigen wir Fotos von diesem Ort und die sind noch unterteilt, historisch und aktuell und sind nach heute noch nicht chronologisch sortiert. Wir könnten das manuell tun, aus Mengengründen machen wir das nicht. Wir werden aber technisch in den nächsten Monaten hier so eine Art Zeitleiste einfügen, wo man sagen kann, zeigen wir alles im Zeitraum von und dann kann man das nicht vorstellen. Naja, das ist auch schön, dass Sie unterscheiden zwischen historischem und dem. Können diese Bilder auch unter den Ansehen oder sind die nur zur Ansicht? Nein, die sind nur zur Ansicht. Wie ist der Fotos, wenn man es in der größeren Ansicht sich anschaut, im Wasserzeichen, wo da steht, also jetzt hier bei den Denkmälern, ganz klar kopiert von Salvatore Stattel, das bleibt da auch drauf und wenn jemand irgendwie, können Doktoranden oder irgendwelche die können nicht auf die Zukunft und sagen, könnte ich dieses Fotos nicht zu können. Doch, das können Sie natürlich, dann muss aber Frau Dr. Keimer entscheiden, ob Sie dem zustimmen oder nicht. Wenn Sie zustimmen, jetzt auch im Rahmen der Plan 09, können wir machen, dann können wir das einstellen. Sie müssen also immer rückkoppeln zu dem jeweiligen Urheber. Deshalb hatten wir auch eben, das ist ja wichtig, dass Urheberrechte natürlich beachtet werden und für so die erste Übersicht zu bekommen, ist das natürlich mehr als hilfreich. Sie können das dann auch quasi auch den gesamten Bildschirm haben und ja, also im Allgemeinen würde ich mal eine sehr spannende und sehr anschauliche Bescheidung haben. Wie denn die Pflege ist so wichtig? Nein, ich fraue, so ähnlich, es gab bei dieser Detailseite, gab es unter den Fotografen rechts, war ein Button mit bestellen. Darüber konnte man dann, nimmt man dann Kontakt direkt zum Fotografen auf oder immer zu ihm? Nein, bestellen kann man bei uns ungefähr drei Viertel des Fotobestandes, das läuft dann bei uns auf und dann können Sie sich einen Abzug oder ähnliches bestellen. Aber nur da, wo wir die Vereinbarung haben, wo das geht. Der gesamte Konservatorbestand wird nicht verkauft, auch keine Abzüge etc. Es sei denn, von Frau Dr. Kahn, da gibt es eine Zustimmung und dann kann man das machen. Deswegen unter allem, den man Fotos steht, also historisch den man Fotos steht, kein Button am Spell. Also auch nicht die Leute zum Beispiel, denen ein Objekt gehört. Nein, weil hier geht es ja um das Recht am Foto, nicht zu raus. Und wenn Ihnen das Objekt gehört und Sie möchten ein Foto haben, kein Beispiel im Zug, kein Problem, ansonsten geht es nicht. Gibt es eine Abgrenzung zu den Aufgaben des Rheinischen Archivs? Wir haben ja eigentlich was ähnliches. Eigentlich was ähnliches, ja, wir beschäftigen uns dann natürlich mit Kölner Bauten, die ja insbesondere den bauhistorischen, mit dem Denkmalschutz gestellten. und auch wir haben natürlich eine Kooperation mit dem Rheinischen Bild Archiv, also von daher gibt es ähnliche Schnittmengen und, aber nach wie vor ist und bleibt auch da das Urheberrecht bei uns. und das Rheinische Bild Archiv hat ja auch noch andere Standbeine, ja nicht nur die Denkmalschäden. Sind die Nutzer in den Kopf nicht jetzt dann diese Rechte an Sie abzutreten oder wie kommen Sie zu diesen drei Füllen, die Sie in der Vorgung haben? Wir haben, also erstmal prinzipiell, jeder kann sich anmelden und kann Fotos von Köln hochladen. Die werden nicht verkauft, die sind da der Inhaber an der Rechte. größere Menge von Fotos haben wir von Fotografen, mit denen wir das vertraglich verhandelt haben. Und wir haben Fotografen in einem Auftrag unterwegs, im eigenen Stand und eigene historische Fotos und haben den Vertrag. Das heißt, wenn Sie sagen, ich habe hier tausend schöne Fotos, möchte ich auch vermarkten, schließen wir den Vertrag mit Ihnen ab, dann geht das auch ja, die Verpflichtung ist nicht, was an seiner Weise, dass das das Ganze ist freiwillig. Aber durchaus kann man ja mal das Angenehme mit dem Nächlichen verbinden. Und wie finanzieren Sie die Frau? Wir finanzieren uns privat. Werbung? Ja, wir haben privat finanziert und ich habe die ganze Show hier finanziert. Da müssen wir doch mal fragen, warum. Weil es Spaß macht. Ja, natürlich haben wir uns da noch was mit vorgestellt, aber das steht hier wirklich nicht im Zusammenhang mit dem Linkparkkatalog. Wir sehen, dass Bilderbuch Köln durchaus als Plattform, eine technische Plattform für meine Bilder in München, Hamburg bringen. Und dann kann man natürlich hier auch wie gesagt von den meisten Fotos abzüge kaufen und darüber werden wir auch nicht. Gibt es noch weitere Fragen? und dann stelle ich die Russen fragen, was da war. Ja, ich war draußen und im Aufblick sind 15 Knoten. Das ist zu stramm. Auf Sicherheitsgründen kann das jetzt nicht erfolgen. Die Piloten sind aber bereit noch zu warten, weil es eine Hoffnung gibt, dass der Link etwas nachlässt. Und sie würden dann gerne hier reinkommen und die Pressekonferenz beweisen, das ist jetzt der Fall. Dann köcheln sich diejenigen, die also die Ein- und Ein- und Ein- und Klettern wollen und den Piloten dann etwas herumschauen und vereinfachen. Also die sind bereit etwas zu machen. Dann fragt mal, wer möchte mit. Ich kann es noch ergänzen, der Luther gerade gesagt ab 17.30 Uhr war das Wetter. Es gibt noch einen Haken, der Wind, der ist wohl so, er sagt es, Rotwohn, im Zwei-Minuten-Takt, Dom, Flughafen, und gerade Flughafen ist die Windrichtung nicht besonders gut. Also das ist, es ist jetzt nicht hundertprozentig, dass es da besser wird. Gut, also wer warten möchte, gerne, wir tun es auch, bleiben wir hier, können uns so noch was unterhalten oder eine Maschinen, gerne, ganz schön. Ich darf mich auf jeden Fall ganz herzlich wieder an die Präsentation und ich hoffe, Sie konnten einen Eindruck gewinnen, dass das wirklich Appetit macht, um mal in die Denkmäler Kölns reinzugehen und das ist mit Sicherheit ein guter Start und die bisherige Arbeit hat viel Freude gemacht und ich denke auch noch gut ist auch heute. Ja, vielen Dank. Frau Söker-Keimrein, Dr. Wala, der Herr, der kompetent ist für den Balloneinsatz. Vielen Dank.